Was gehabt meine Hosei, Faito, Serio und auf DokaML Global ist das neue Freeza-Event erschienen, 200% Perfect Combat Simulation, Spaß, ich begrüße euch recht halt zum Video, wie funktioniert das Ganze, Freunde, werde ich euch heute zeigen, welche Teams könnt ihr nutzen, werde ich euch heute ebenso zeigen, wie geht man hier hervor, ganz am Anfang, das ist ein Event, in dem ihr quasi innerhalb, also damit ihr alle Missionen hier, wenn ihr alle Missionen hier schaffen wollt, müsst ihr eine Stage aus diesem Event in unter 2 Minuten schaffen, Das Ding bei der Sache ist, man kämpft gegen einen Goku Blue, je nachdem auf welche Stage ihr geht, hat er einen anderen Typus, zum Beispiel Stage 5 ist er vom Physisch Typus, Stage 4 Strength und Tag AGL und ihr müsst diesen, also das ist der Goku Blue hier, Goku Blue hier, sorry, ihr wollt diesen Goku Blue in unter 2 Runden besiegen, damit ihr alle Missionen bekommt, okay, und zwar gibt es hier zu hohen bis zu 5 Stones und ein bisschen mehr, sag ich mal, ja, Die Sache ist an der Stelle noch folgendermaßen, dieser Goku ist übertrieben tanky, er ist sehr tanky, das heißt, kommt ganz drauf an, welche Charaktere ihr habt, damit ihr das eventuell schafft oder nicht, andere Sache ist noch, es gibt verschiedene Runden, okay, aktuell ist Runde 1 online, vom 11. bzw. hier an der Stelle noch 11. Januar, an der Stelle 37 bis zum 15. Januar, okay, Ab dem 15. Januar, 7.30 Uhr kommt Runde 2, ab dem 19. Januar, 7.30 Uhr Runde 3, ab dem 23. Januar, äh, kommt Runde 4 ab 7.30 Uhr morgens unserer Zeit und Runde 5 beginnt am 27. Januar ab 7.30 Uhr morgens, was sind diese Runden? Diese Runden sind quasi die Kategorien, die sehr effektiven Schaden gegen machen oder mehr Schaden. Runde 1 ist die heutige Kategorie, sag ich mal, Universe Survival Saga, okay, Runde 2 wird das Resident Warrior sein, Runde 3 Rocket Bloodline, Runde 4 Transformation Moves, Runde 5 Other World Warriors, das heißt, ihr wollt in den jeweiligen Runden die Charaktere aus dieser Kategorie nutzen, damit ihr da halt mehr Schaden gegen den Boy macht, okay. Ich werde euch gleich eine Vorhergehensweise zeigen von der aktuellen Runde, nämlich das Ganze aufnehmen, nämlich Universe Survival Saga. Für die nächsten Runden müsst ihr dann diese Vorhergehensweise anwenden auf eure Charakterliste, auf die Kategorien, die folgen werden, okay. So viel gibt es tatsächlich zu dem Event zu sagen. Man kann ein Support Item mitnehmen, sag ich euch gleich, welches Support Item ich da mitgenommen habe. Diese Charaktere könnt ihr nicht mitnehmen, jetzt außerhalb von dem Boy Devilman sind das die Nuke Leader, okay. Medi Leader, die quasi pro Orb so und so viel Prozent auf den Angriff geben. Es gibt trotzdem auch Rainbow Nuke Leader, sag ich mal, und die werden wir nutzen, zum Beispiel Kany Vidi 2. Okay, so viel seid zum Event gesagt, Freunde. Und aus all den Runden könnt ihr euch eben bis zu 25 Stones holen und ein bisschen mehr Herkul-Start und dann fort. Für die erste Runde Universe Survival Saga bin ich folgendermaßen vorhergegangen. Ich habe als Friend einen 100% LRGF genommen. LR, Goku und Freezer, Freunde. Erstmal Charakteste sortieren. You know, Survival Saga, 100% oder je nachdem, was heißt 100%. Gut geduped, sag ich mal, okay. Ein zweiter LR, Goku und Freezer. Guckt einfach mal in die Charakteste, rein in die Friendliste. So. Mein Team war folgendermaßen. Meine Haupt-Attacker, mit denen ich Schaden machen werde, mit denen ich quasi diesen Goku umlegen möchte, werden LR, Goku und Freezer sein. Jeweils einer in einer Rotation. Als Friend-Lead habe ich dann quasi seinen Leader-Skill. Representant ist auf die 07, Kee-Plus-3, HP Attack und Niefest, 177%. Das ist das, was zählt für meine LR, Goku und Freezer in den jeweiligen Rotationen in Runde 1, Runde 2. Und als meinen eigenen Leader habe ich Candy Vidi 2. Warum? Easy A Candy Vidi 2 gibt durch den Leader-Skill pro Orb, den er Charakter einsammelt, auf den Angriff und auf die Verteidigung 20%. Das heißt, wir werden hier auch New Campen. Und diesmal darum heißt, wir wollen so viele Offs wie möglich. Und diesmal heißt, wir werden hierfür auch dieses Item nutzen, Freunde. Das Item könnt ihr euch zum Beispiel aus gewissen Stages farmen. Wenn die Stage, das ist die Stage vom Bell of Gods, Beerus, nämlich alles täuscht. Ne, vom Rage Vegeta, Rage Vegeta und Bulma, Story Event. Wenn das gerade nicht online ist, guckt mal, ob man das mit Schlüssel spielen kann. Wenn nicht, schaut immer mal in Barbershop rein. Dort kann man solche Items holen. Dieses Item, Freunde, ist folgendermaßen, wenn ich das aktiviere, tut es zufällig Keyzone in Tag Key umändern. Und ich bekomme pro Tag Key, den ich einsammle, auf den Angriff 5% für eine Runde. Kann man sich aber nicht sackeln. Das heißt, in Runde 1 aktive ich das, gibt meinem LRGF alle Tag Ops. In Runde 2 aktive ich das nochmal und gibt meinem LRGF nochmal alle Tag Ops. Damit ich einfach so viel Charme wie möglich mit dem LRGF mache. Für die zukünftigen Runden, Freunde, gibt es natürlich noch andere, genau, also ähnliche Items. Selber Effekt, nur dann hier an der Stelle Lee Mode Legend, gibt das für Strength Ops. Wir haben hier die Dame, die gibt es für Argyll Ops. Wir haben hier den Boy Frog Genude, gibt es für Tech Ops. Und dann haben wir hier noch Dabura Keks, welches für Physisch Ops geben sollte. Genau. Je nachdem, mit welchem Charakter ihr spielt, Freunde, geht ihr auch in diese Stage rein, in dem ihr Typenvorteil habt. Ich gehe mit LRGF quasi als Main Attacker rein, deswegen gehe ich gegen AGL Goku Blue rein. Ist ja nur logisch. Und je nachdem im Prinzip in den Runden, die noch rauskommen werden, je nachdem welchen Charakter ihr nehmt. Zum Beispiel bei Transformation, musst du einfach mal gesagt, ist Strength cooler. Dann nehmt ihr natürlich Limo mit, das Item, weil ihr einem Strength Charakter diese Ops geben möchtet. Beziehungsweise, dadurch, dass wir so oder so hier an der Stelle ein Rainbow Orb Leader haben, könnte ich auch LRGF für Strength Ops geben mit dem Limo Item. Es macht ja keinen Unterschied, weil LRGF hat kein Nuke Passive. Er will einfach nur durch das Item nicht einfach nur gut Items geben. Aber guckt einfach in unseren Setups, wenn ihr zum Beispiel schon Orb Changer habt, die für ein Typus sorgen. Wie zum Beispiel bei mir Android 8, die sorgt hier an der Stelle für Tech Ops, dann nehme ich auch ein Tech Orb Item mit, wie diese Teriyaki an der Stelle. Damit ich einfach viel Tech Ops habe. Okay, dann habe ich noch Supporter mit. Sei es Toppo, wenn ich mit ihm zuerst angreife, erhöht er den Angriff für meinen Verbündeten. Das heißt, ich scheibe ihn nach links, gebe meinen Verbündeten 15% für eine Runde, gebe durch die Pass, aber hier an der Stelle noch Attacken der 35%. Sei es an der Stelle aber auch hier Kid Buu. Kid Buu gibt an der Stelle hier 50% Attack und Defense Key plus 2, wenn die HP 80% drüber sind. Und Talz ist hier an der Stelle auch für LRGF primär zum Beispiel ganz wichtig. Nicht nur, dass der Key plus 3 40% auf den Angriff gibt, aber er tut Superclass Gegner, deren Angriff um minus 15% senken. Das heißt, LRGF hat seine komplette Passive schon, dank Talz. Und das ist sehr wichtig wegen dem Damage Output. Ihr könnt zum Beispiel noch Pargus und Broly mitnehmen, Freunde. Denn die sind ein Joint Force Supporter. Und wenn sie zuerst angreifen tun, die auch den Angriff des Gegners senken. Ihr werdet aber auch gleich sehen, LRGF muss nicht unbedingt die komplette Passive haben in dieser Vorhergehensweise. Wenn er es hat, ist natürlich gut. Aber er gibt zum Beispiel LRGF hier an der Stelle auch einen Support Aspekt durch die Passive. Nämlich Joint Force Kreaturie, Keeper Style Attack in der 40%. Und dann, Freunde, wenn ihr euer Setup quasi gebaut habt, ein Main Attacker und dann Supporter und Orb Changer, sag ich mal. Ein Orb Changer wäre nicht schlecht, aber primär Supporter tut es auch wegen dem Item, wenn wir sowieso für Orb sorgen. Dann könnt ihr so reingehen. Wie gesagt, Candy Vigito empfehle ich. Auf jeden Fall nehmt entweder ihr selbst Candy Vigito oder als Friend. Warum nehme ich ich selbst Candy Vigito? Weil ich jetzt LRGF habe, wie gesagt. Jeweils in einer Runde. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal mein Szenario. Alles klar, Freunde, das Szenario habe ich vorab schon aufgenommen, damit ich das einfach in Ruhe mache und ich euch zeige, wie das geht. Wie gesagt, ihr müsst diese Vorhergehensweise für die Runden, die noch erscheinen werden, die Tage anwenden. Hier habe ich schon alles erzählt von dem Szenario, wie das Ganze verlaufen wird. Ich gehe an der Stelle mal rein und guckt am Anfang auch, wenn die Rotationen passen, dann geht rein, damit eure Items nicht verschwendet. Was meine ich damit? Wenn hier zum Beispiel ein LRGF nicht in der Rotation wäre, würde ich gar nicht reingehen. Die optimalste Rotation wäre gewesen, wenn Candy Vigito aus der Rotation ist, also in dem Spot, wo gerade Kid Buu ist und Kid Buu in einer Rotation. Zum Beispiel, wenn hier noch Kid Buu wäre, wäre das ideal gewesen oder besser, weil Kid Buu noch Attacken der 50% gibt. Aber ich habe hier 40% Support durch Tars. Angefangen, Goku ist gesenkt dank Tars. Ich habe hier die komplette Passive von LRGF. Ich habe ihnen einige Orbs gegeben. Dadurch, dass ich für Tech-Obs sorge, ist es auch wichtig, Freunde, dass ihr Tech-Obs einsammelt. Hier schaue ich nach, was ging nochmal mit Android-18. Sie ändert physisch in Tech, deswegen behalte ich diese physisch-Obs, die da auf dem Feld sind, damit sie die quasi nächstwunder ändert. Der nächste Grund habe ich nochmal einen LRGF, und zwar mit Topo-Innergoation und auch mit C-18-Innergoation. Das ist der Friend-LRGF, der hat drei Dupes. Je mehr Dupes, desto besser. Ich kann euch gerne mal nachher noch eine Sache zeigen. Okay, die Sache ist die hier. Dadurch, dass ich jetzt quasi mit LRGF in der Runde zuvor angriffen habe, ist der Angriff von Goku in der nächsten Runde auch gesenkt. Okay, das heißt, hier hat man Boy, also der Friend-LRGF ebenso, ebenso seine komplette Passive. Das ist wichtig bei LRGF. Ich habe vorhin gesagt, es würde auch gehen, wenn er nicht die komplette Passive hat. Würde es schon gehen, aber eventuell nicht in unter zwei Runden. Für die Mission, damit ihr alle Missionen schafft, wollt ihr in unter zwei Runden das Ganze schaffen. Wenn ihr das nicht in unter zwei Runden schafft, dann geht das Event aber noch weiter. Da wollt ihr es in unter so und so vier Runden schaffen für die Missionen. Da müsst ihr einfach mal reingucken. Aber wenn ihr alles abschauen wollt, in unter zwei Runden. So, wieso habe ich hier neu gestartet? Weil ich nicht so viele Tag Ops hatte. Bevor die Charaktere den Angriff starten, Freunde, könnt ihr das Ganze nochmal neu starten. Ich kann jetzt zum Beispiel andere Key einsammeln, wie ich zuvor eingesammelt habe. Und dann das Item messaktivieren. Oder die Charaktere, die Stots ändern und dann das Item aktivieren. Dann ändern sich andere Orps. In dem Fall, oder dann werden die Routen anders, sag ich mal. In dem Fall habe ich jetzt 17 Tag Ops. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wegen dem Item bekomme ich pro Tag Ops 5% drauf. Von Candy Vidi2 bekomme ich pro Orb attack mit 20%. Und sein eigenes Gerät da schon flat. 177%. Und guck mal, das wird jetzt 99,999 Crit raushauen. Das heißt, hätte ich dieses Szenario in der ersten Runde, hätte ich das schon in der ersten Runde geschafft, Leute. Ah, das stimmt nicht ganz, denn dieser Goku hat gut HP. In der ersten Runde habe ich 90 Millionen Crit rausgehauen und ungefähr die Hälfte abgezogen. So funktioniert das Ganze mit dem Event. Ich zeige euch noch gleich die Mission und noch gleich eine Sache wegen Skill-Ops, was man dem Charakter geben kann. Damit ihr mehr Schaden macht. Wenn ihr Typenvorteil habt zum Beispiel, zählt sowohl für das Event als auch für die Herkul-Punch-Stages, sag ich mal. Oder an sich für Events, wo ihr mit Typenvorteil einfach viel Schaden machen wollt und den Gegner nuken wollt. Und genau, da habe ich ja auch an der Stelle die ganzen Items abgesagt. Wie gesagt, weil ich das Ganze in zwei Runden und runter geschafft habe. Und ihr könnt das zum Beispiel hier schaffen, wenn ihr einmalig das schafft, bekommt ihr schon Items aus den Missionen. Das ist zum Beispiel das, einfach nur einmalig schaffen, die Sage. Wie gesagt, ihr könnt da so viele Runden, wie ihr wollt, reingehen. Aber für die Mission wollt ihr hier in unter 5, dann bekommt ihr Items unter 4, unter 3, unter 2. Das meine ich damit. Deshalb habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, in unter 2 Runden schaffen. Weil dann habt ihr alle Items, äh, Items, sag ich mal, alle Missionen auf einen Schlag geschafft. Gehen wir mal rüber, was ihr noch kurz am Ende zeigen möchtet. Wegen Skill Ops, zum Beispiel, könnte ich meinem LRGF folgendes geben. Er ist ja der Charakter, mit dem ich nuken wollte. Folgendes Skill Ops habe ich daraus. Das hier, Freunde. Das hier. Skill Ops Tech, Type Attack Boost Level 1. Je mehr Level, desto besser. Aber mir geht es um diesen Type Attack Boost. Wenn ihr das ausrüstet, macht ihr mit eurem Charakter mehr Schaden, wenn ihr Typenvorteil habt. Könnt ihr auf Bronze geben, könnt ihr auf Silber geben, wenn ihr es habt. Ich habe es leider nicht. Könnt ihr zum Beispiel auch auf Gold geben. Ja, das ist auch ein Item, zum Beispiel, für die Herkul Punch Events gut. Wenn ihr da einfach nuken wollt, mit Typenvorteilen. Freunde, soviel zum heutigen Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like lassen, falls ihr neu da seid und das Ganze unterstützen möchtet. Auch gerne ein Abo lassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nach so vielen. Auf jeden Fall. Das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. 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 it won't be alright